Eine Galerie Culture Insight an der Stadt kann in den Moment immer schon eine Welt von drei verschiedenen Künstlern entdecken. Daniel Spulosch, Denik Ciapparizzi und Valentina Richter weisen heute hier von sich sehen, hier drehen eine Vision von der Welt. Gesinnt kann im Text von noch bis zum 3. August.